hallo liebe liebe gemeinde willkommen zur auslösung des dfp pokal völlfinale sowie world cup halbfinale heute probiere ich mal mit camp studio dieses video aufzuzeichnen mal gucken wie das klappt fangen wir mal an mit dem dfp pokal völlfinale dort ist noch eine partie offen offen meinem gegen nürnberg daher ziehen erstmal beide teams eine runde weiter wie immer benutze ich das auslösungstool für diese auslösung kohle runde im pokal ist klar acht teams sind im völfn vertreten ohne rückspiel so dann kommt es zu folgenden begegnungen völlfinale wie gesagt entweder auf meinem oder nürnberg spiel gegen den fc schalke 04 der hsv gegen den bvb köln dürfte auf wolfsburg und gladbach gegen die bayern machen wir gleich weiter mit world cup halbfinale auslosung dasselbe pro zähler findet hier statt dementsprechend auch wiederum ko runde vier mannschaften wir werden ab dem halbfinale ohne rückspiel spielen auch hier die konstellation mit paris gegen manchester united die ist noch offen somit trifft im halbfinale standard lüttich auf chelsea london und entweder paris oder menu auf leicester city wir wünschen allen viel spaß und erfolg bis zur nächsten auslosung